Hi, ich bin Daniel Hautmann und stelle euch mein neues Buch vor. Windkraft neu gedacht. 229 Seiten über den Wind. Meine ganz persönliche Liebeserklärung an die Naturgewalt. Du denkst, du bist ein Vielflieger? Vergiss es, ich kenne echt einen Vielflieger. Die Küstenseeschweiber, verdammt nochmal, die fliegt jedes Jahr 20.000 Kilometer von der Arktis in die Antarktis. Warum? Weil sie Tageslicht braucht, um jagen zu können und deshalb legt sie diese weite Strecke zurück. Im Laufe ihres Lebens kommt sie so auf ganze eine Million Kilometer. Abgefahren, oder?